Berlin Eric Steefest hat seine Diagnose Schizophrenie erst kürzlich öffentlich gemacht. Welche Rolle Drogen dabei spielen, erklärt eine Ärztin. Eric Steefest sollte eigentlich Anfang November beim Promi-Boxkampf, Fame-Fighting, in den Ring treten, doch der ehemalige GZSZ-Star musste seinen Kampf absagen. Der Grund, der 35-jährige Schauspieler leidet unter einer paranoiden Schizophrenie. Dazu äußerte sich Steefest in einem Video auf seinem Instagram-Account. Es gab mehrere Gespräche mit Psychologen, die mir alle von der Teilnahme abgeraten haben, schreibt der Promi in einem Statement unter dem Video. Steefest hatte bereits im Oktober auf Instagram seine Diagnose öffentlich gemacht. In einem langen Text unter einem seiner Posts schreibt er, wie sich Erkrankte oftmals fühlen, sie hielten jeden um sich herum für eine potenzielle Gefahr. Dabei handelt es sich um ein typisches Symptom einer paranoiden Schizophrenie. Bestätigt Ran Hildrössing, Chefärztin der MyWay Psychiatrischen Klinik in Eckenhagen, NRW. Paranoide Schizophrenie So krass können die Symptome sein. Die Schizophrenie im Allgemeinen ist eine psychische Erkrankung, die sich durch einen Realitätsverlust auszeichnet, erklärt die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Bei der Erkrankung zählten vor allem Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu den häufigsten Symptomen. Patienten hören Stimme und sehen Dinge, die in der Realität nicht vorhanden sind, so die Expertin. Die paranoide Schizophrenie sei den meisten Menschen eher unter dem Begriff der Psychose bekannt. In Deutschland erleben laut dem Projekt Psyche.net 1-2% der Gesamtbevölkerung mindestens einmal im Leben eine Psychose. Weltweit sind dem Projekt zufolge 52 Millionen Menschen an einer Schizophrenie erkrankt. Wie Schauspieler Stehfest gegenüber der Boulevardzeitung Bild offenbarte, bestehe er aus drei Erics und alle lebten in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Er denkt, dass überall nur Böses lauert, erzählt der 35-Jährige. Ein anderer Erich erinnere sich nicht an schöne Momente. Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen. Erich Stehfest ist seit 2015 mit Edith Stehfest verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder. Ärztin über Schizophrenie Die Welt wirkt häufig sehr bunt, Rössing betont, dass Psychosen vor allem für die Angehörigen der Erkrankten belastend seien. Das liegt auch daran, weil manche Patienten in ihren Wahnvorstellungen selbst Angehörige für jemand gefährlichen hielten. Erkrankte selbst haben oft keinen großen Leidensdruck. Die Welt wirkt auf sie häufig sehr bunt. Das erkenne die Psychiaterin beispielsweise an schillernden und fröhlichen Zeichnungen, die Patienten anfertigen. Diese halluzinierte Welt wird den Erkrankten in gewisser Weise genommen, wenn sie behandelt werden. Das erkenne die Psychiaterin Untertitelung des ZDF, 2020